Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich hatte euch letztens diesen wunderschönen Hund vorgestellt, unser kleines neues Haustier. Ich hatte euch gebeten, mal in die Kommentare zu schreiben, wie wir diesen Hund, den hässlichsten Hund der Welt, nennen sollen. Viele hatten geschrieben, wir sollen ihn Kahn nennen. Ich glaube, Kahn wäre nicht so begeistert, wenn dieser Hund genauso heißen würde wie er. Nicht, dass man da irgendwelche Verbindungen sieht. Ich meine, die sehen ja schon ein bisschen ähnlich aus. Nein, wir nennen ihn nicht Kahn. Es wurde auch ein anderer Name ganz häufig in die Kommentare geschrieben, nämlich Slimey. Und ich glaube, Slimey passt richtig gut zu ihm. Vor allem, weil hier aus seiner Nase ja etwas Rotze kommt oder auch Schleim und er anscheinend auch super gerne grünen Schleim oder Gelibber ist. Und jetzt kreisen schon wieder die Fliegen um ihn. Ich habe hier das Zertifikat. Da können wir eintragen, wer der Besitzer von Slimey ist und auch offiziell seinen Namen eintragen. Und genau das machen wir jetzt. Slimey wird das hier zu langweilig, der fängt schon an zu schnarchen. Deshalb trage ich es mal schnell ein. Also hiermit bestätige ich Nina. Ich schreibe mal in Klammern auch noch Kati und Kahn hin, weil so ein Hund ist natürlich auch jede Menge Verantwortung. Also teile ich mir das mit den anderen. Und jetzt bin der beste Freund des Ugly mit dem Namen Slimey. Und hier noch die Unterschrift. Und schon heißt unser Hund Slimey. Der muss natürlich jetzt auch noch getauft werden offiziell und das machen wir mit, ihr könnt raten, natürlich Schleim. Wir brauchen jede Menge Schleim. Boah, das klebt ja richtig. Also Slimey, hiermit taufe ich dich feierlich auf den Namen. Du bist der Hund von Kati, Kahn und mir. Und wirst uns hoffentlich jede Menge Spaß bereiten. Und ich glaube, der Name passt super gut zu ihm. Slimey, der hat nicht nur Schleim im Gesicht, der frisst auch gerne Schleim, glaube ich. Und er macht auch noch besonders eklige Geräusche. Das ist jetzt also unser Hund Slimey, offiziell getauft. Und ziemlich widerlich. Manche haben geschrieben, dass es wohl ein Mops ist. Sieht zumindest so aus. Sonst könnte er auch eine Bulldogge sein. Auf jeden Fall ein ziemlich witziger und auch ekliger Zeitgenosse. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Namen als Slimey für unseren Spielzeughund hier. Ich glaube, Kati und Kahn sind definitiv auch damit einverstanden, dass wir ihn nicht Slimey nennen. Und? Ich glaube, Slimey scheint das Ganze auch gut zu schmecken. Ich könnte tagelang mit diesem Hund spielen. Ich habe ihn auch schon richtig lieb gewonnen. Und ich denke, er uns auch. Wir werden ihn definitiv ab und zu mal in den Videos dazuholen. Natürlich auch als Unterhaltung. Denn keiner kann so schön rülpsen wie Slimey. Und ich glaube, Pupsen auch nicht. Soviel jetzt zu unserem neuen Hund von den Uglies. Ich nenne ihn auch gerne liebevoll den hässlichsten Hund der Welt. Und jetzt hat er sogar einen neuen Namen dank euch. Slimey. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch ein paar Ideen habt, was wir mit Slimey noch machen können, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir, wie gesagt, nette Kommentare. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!